Hallo und herzlich willkommen zurück zu Overlord, wo wir letzt mal aufgehört haben und die Elfen uns, denke ich, jetzt versuchen wir her zu rammen! Schnell her, ich will Segel brennen sehen! Komm, mach's weg! Jetzt entern wir den Kahn! Los! Das war's! Oh, ein Abflug, hier nach drüben. Ja, komm her! Kommt rein hier! Los! Ach lol, was mach ich da für eine Scheiße! So! Wie hol' man das Ding denn jetzt weg? Ah Bauen wir das Ding jetzt hin. Das hat jetzt einen Rambock, ne? Was hat der einen Rambock? Wir müssen mal kurz... Rückwärtsgangen. Nehmen. 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 Okay. Die Frage ist halt, wo der Scheiß jetzt hin muss. Hier nicht. Ah. Ah. Brauch. Das mit. Und das mitnehmen. Okay. So. Das hat jetzt die Sache, ne? Wo trägt er das jetzt hin? Auf Schiff. Das hat's. Das hat's. Da. Können wir mal gucken, wo wir hingehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber auch hier, ob das hier andocken auch reicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das mit. 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 Okay. Okay. Gesundheit erreicht. Das ist gut, Herr. Von toten Meistern bekomme ich Ausschlag. Okay. Und zurück aufs Schiff. Okay, dann lang nicht. Da lang also nicht. Okay, okay. Shit. Gehen wir da lang. Gehen wir es mal wieder runter. Ich glaube, wir müssen da drüben andocken und da hoch bringen. Ja, ich glaube, das ist der Call. Okay. Okay, okay, okay. Kommt, kommt, kommt. So, am wenigstens noch in die Elfenstadt kommen. So, mal rein mit euch. Perfekt. Hey, und frauen sie das Problem da vorne noch. Ist halt wirklich, ja, da kommen sie durch. Ich denke halt wirklich, der Call ist halt... Warte mal. Oh. Oh. Nee. Selbst mit der Rambe kommst du nicht durch. Schade. Schade. Hätte ich gedacht. Dass du das Elfenschiff nimmst wegen der Rambe, weil es ist alles so ewig her. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist alles zu lange her. Ja. So, das war jetzt... Cool. Ich habe dich. Ich habe... Ich habe... Ja, wie kommen wir da hin? Ah. Kann man wo dann? Ja, die Frage, kommen wir jetzt da hin? Da kommen wir nicht hin. Sonst kann ich nicht da anlegen. Was ist denn da? Kannst du hier nirgendwo anlegen. Aber wo gehört das dritte Ding hin? Hier steht eins. Hier steht eins. Da steht eins. Da oben muss es hin. Alright, ich hab's gefunden. Ah. Meine Fresse. Ich muss mich jetzt mal schnell um die kümmern. Schnauze. So. Docks schüffern. Nehmt das mit. Und steck das da oben hin. Hier hin. Da hin. Meine Fresse. Bleiben sie denn jetzt. Wo ist denn das jetzt? Hier, hallo. Hier oben spielt die Musik. Hier ums Eck, komm. Hier hoch. Sehr gut. Mitkommen, Jungs. Und rauf da. Hier hin. Da in das Ding. Jetzt. Fax hier drauf. Mein Gott. Das ist der Fahrstuhl. Okay, das ist der Fahrstuhl. Das ist jetzt der Fahrstuhl. Wo kommt dann jetzt dieser Stein hin? Wir haben hier wir haben hier den Kram. Wir haben hier einen Stein. Wir haben da einen Stein. Der gehört hier nicht hin. Wir werden jetzt mal bis er runterkommt. Der eine gehört hin. Der kommt da hin. So, nimm das. Das mit. Oh Gott. Jetzt fahren sie doch mal hoch. Nein, jetzt sind die oben. Ich hoffe, die kommen jetzt mal runter wieder. Laufen die gerade andersrum. Keine Ahnung, wo die gerade langlaufen. Schon wieder so reine Kacke hier, was die machen. Boah, sind die anderen Spacken jetzt? Da kommen sie. So, komm mit. Und rein damit. Hier, komm. Drauf da. Da drauf. Hier drauf. Jo. Bleibt hier. Hier drauf. Axt da drauf. Ich muss mich verarschen. Das ist jetzt da drauf. Kann das nicht mehr. Wo ist denn der Scheiß jetzt hier? Ja. Die müssen doch alle rot leuchten, oder nicht? Der leuchtet rot. Blau. Oder bin ich jetzt? Baller, baller. Er ist oben. Ich kriege einen Anfall. Oh mein Gott. Was ist das denn gerade? Ich hasse diese Portal-Kacke. Okay. Der blaue kommt da hin. Da komm ich nicht lang. Heißt, da geht's nicht lang. Nimm das Ding mit. Und wir müssen nochmal woanders hinfahren. Kann doch nicht sein. Wie hat ich... Ich schaff das grad nicht. So. Lass mal gucken. Wir fahren jetzt nochmal hier rum. Und gucken, wo dieser Scheiß sein kann. Geh mir nicht auf den Piss. Scheiß mehr, Frauen. So. wird natürlich auch sein dass das da hinten ist wo die hergekommen sind die anderen stein ding da hinten in der ecke ist wo die anderen helfen hergekommen sind da müssen wir jetzt mal gucken ja da ist ein andockling heißt wir docken jetzt hier an das ding mit ja dann muss erst mal muss erst mal nachdenken muss erst mal darauf kommen dass die scheiße dann einfach hinten bist da wo die hergekommen dacke also wir fahren jetzt hier weg sicher da kommen wir nicht lang da kommen wir nicht lang ok 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 die ah so damit hochfahren ja perfekt mitnehmen und dann hier lang und da ist der letzte slot davon meine freck oh ist das schlimm mal auf den lachs jetzt hier komm einer danke das war die dritte eine fehlt noch was och nö ich kann das nicht mehr das war gott ja seht euch diese fetten Fischschweibern ach hätte ich doch eine große Bratpfanne dabei und das war uns zu euch dann euch euch und Oh. Hätte ich doch nur eine große Frage. Ach guck mal, wir sind bei unserem Schiff wieder. Wunderbar. Wunderprächtig. Das heißt, wir müssen jetzt noch da hinten hin. Junge, Junge, Junge. Kommt aufs Schiff, ihr Besoffenen. Da. Wenden. Und Rückgang, Rückwärtsgang. Schön macht ihr das. Immer schön Rückwärtsgang. Oh. Meine Fresse. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Das ist jetzt die wichtigste Frage. Da sind ja die Steine im Weg. Äh, maximale Geschwindigkeit. Oh. Ah. Was soll ich da andocken? Hier oder was? Oh mein Gott. Das ist ja gar nicht möglich. Das ist ja gar nicht möglich. Äh. Ich bin da hinten rum, weil die sonst wieder uns mit Gift vollwerfen hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin da schon mal weg mit dem Gift. Andere Sache ist halt die. Die sollen wir an den anderen Turm da lang kommen. Das ist ja auch irgendwie ein Seitenweg dann. Ja, geht's sehr gut. Äh. Äh. Turm zerstören. Passt Hammer auch. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Scheiß, Giftelf-Werfer. Scheiß, Giftelf-Werfer. So, da kommen wieder Elfen. Und die haben wieder Gift dabei. Stirb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die kommen aus ihren Scheißhütten da oben. Die haben den roten hat weggemacht. An den braunen. Junge. So, mach mal hier weg. Okay, da hinten haben sie noch einen Turm. Den müssen wir wegmachen. Den müssen wir durch. Den müssen wir jetzt den Turm jetzt wegmachen. Oh, ist weg. So, komm. Ach du Scheiße. Die Elfen kommen denn da noch gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist der Turm? Da. Sind zwei, drei Türme. Ja. So. Aus das Licht. Reicht. Geht mir auf den Sack. So, hin damit. Alter Schwede. Geht ihr mir auf den Sack. Oh, endlich. Die Elfentore sind offen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut ihr rein. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.